Aber apropos Grant, habt ihr mitbekommen, der gute Monte, der will wieder ins RP-Business einsteigen. Ich habe letztens einen Clip gesehen. Bruder, ich frage mich so ganz ehrlich, ne. Also, ich habe letztens einen Clip von Rohat gesehen. Und nicht nur er, sondern auch ganz viele andere Streamer. Bei mir kommt, also es kommt mir so vor, als ob für diese Leute, du musst dir vorstellen, die sind so Tarzan, ja. Also, ihr wisst doch, Tarzan, ne, der sich von Baum zu Baum schwingt. Und dabei ist doch immer so ein langer Ast, wo er da so rangehen muss und so. Bei denen ist das so ähnlich, von Schwanz zu Schwanz. Bruder, das ist richtig krass, Digga. Liane, genau, ich bin jetzt nicht auf das Wort gekommen, danke Aziz. Richtig krass, Digga. Der hat da letztens einen Take gedroppt, Digga, wo er gesagt hat, da wo ich heute bin, ne. Das habe ich eigentlich nur Aiden und Ross zu verdanken. Ich würde sehr gerne was über dir machen. Digga, habe ich irgendwas verpasst? Bruder, also ich denke mir so, Diggi, äh, ich denke mir, warum bringt der so einen Take? Hä? Also, erstmal hast du alleine gar nichts auf die Reihe bekommen. Nummer 1 das, ja. Ja, bekommst du auch heute noch nicht hin. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, ist ja auch nicht so weiter dramatisch. Alles gut. Nummer 2 ist, Digga, du hast den Typen gestreamsnipt, bist dem so lange auf den Sack gegangen, bis der dann was mit dir gemacht hat und hast dadurch deinen Halt bekommen. Okay. Sag doch mal Dankeschön. Dankeschön. Und ich denke mir so, Digga, scheiß mal auf diese Bubble. So diese Twitch-Bubble. Heute, der ist Schwanz, morgen der ist Schwanz, okay. Und ich denke mir so, Digga, wie kommt denn der auf Aiden und Ross auf einmal? Aiden und Ross hat angekündigt, dass der ein gemeinsames Projekt mit einem deutschen Streamer machen möchte. Ja, angefragt hat er schon bei Papa Platte und der hat schon so wohl Dings gesagt, ne. Ah, nee, also, ihr wisst, wie Papa Platte drauf ist, ne, komplett LGBTQ-Style und um Gottes Willen, ne, also, nee, nee. Und da hat er halt mitbekommen, ah, der will was mit einem Deutschen machen, warte mal. Digga, schämst du dich nicht? Digga, also, wie dreckig und, wisst ihr, was das Witzige ist? Monte wird hundertprozentig wieder zurückkommen ins RP. Ich frage mich aber, ob er auf dem Server Final City spielen wird. Jungs, egal wie Lost Monte in seinen Videos rüberkommt manchmal, ja. Bruder, der Typ ist hochprofessionell. Ist ein hochprofessioneller Geschäftsmann, gerade in dieser Szene. Dem machst du da gar nichts vor. Bevor er mit irgendetwas macht, wird der erstmal komplett durchleuchtet, wie vom Bundesnachrichtendienst. Und ich wette mit euch jetzt schon mal, der wird aus Grossness Server spielen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Monte auf dem Pedo-Server Final City spielt. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also, wenn der seine Jungs losschickt und sagt, ey, hier, guck mal, wie ist denn das da? Was machen die denn da so? Wie sieht das Team aus? Haben die Dreck am Stecken? Bro, da waren Pädophile, ja. Auf Final City waren Pädophile im Team. Und das wussten die, Digga. Und das wussten die. Und die haben erst dann was dagegen gemacht, nachdem es öffentlich geworden ist. Nachdem die es nicht mehr verstecken konnten. Das ist schon ein richtig harter Tobak, Digga. Also, wir machen hier Streams, ne. Wir gehen aufs Server und ha-ha-hihi. Aber, Digga, das ist schon nochmal Next Level. Das ist schon mal Next Level. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Monte auf so einem Pädophilen-Server wie Final City spielt. Also, ich finde das nochmal so ein bisschen eigenartig. Die erzählen dir auch immer was von, ne. Also, hier, Brasco, ne. Also, dein Content ist ja so ein bisschen, ne. Es geht ja mal nicht, ne. Hier und da. So gegen Frauen. Digga, erstens. Ne, mein Content geht nicht gegen Frauen. Wie blöd. Also, entweder weißt du das und lügst bewusst oder du bist einfach nur blöd. Ja. Und zweitens. Ihr habt lieber Pädophile auf dem Server an Schatten Brasco. Digga, das muss man sich mal geben. Wie krank die sind. Und dann wundern die sich, dass ich das zur Sprache bringe. Die wundern sich wirklich, dass ich das einfach zur Sprache bringe. Digga, ich, natürlich bringe ich das zur Sprache. Wenn du so ein Stück Scheiße bist, dann werde ich das zur Sprache bringen. Ja, das triggert die halt. Ja, warum triggert die das? Bruder, meinst du, das würde den irgendwie interessieren, wenn ich jetzt hier fünf Zuschauer hätte? Meinst du, das würde dir irgendwie, würde keiner sagen, interessieren? Und so sind die drauf. Du bist für die erst dann so ein Triggerpunkt, wenn du mit dem, was du sagst, ein, zwei Leute noch erreichen kannst. Ansonsten, natürlich kannst du die Wahrheit ihm in die Fresse sagen. Du kannst ihm sagen, du bist dein Hurensohn. Dann wird er dir sagen, ja, okay, weiß ich. Schönen Tag noch. Interessiert mich doch nicht, was du zu melden hast. Verstehst du? Das juckt den nicht. Wie der mit dir redet, das bricht, ist dem auch scheißegal. Das sind Menschen, das juckt den nicht, bis es andere Leute mitbekommt. Dann wird es für sie langsam interessant. Also, wie gesagt, Monte wieder im RP, safe. Das wird bestimmt bald wieder kommen. Ich kann mir das vorstellen, so Richtung Sommer wird es da bestimmt wieder losgehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der auf dem pädophilen Server Final City spielt. Kann ich mir nicht vorstellen. Von Bloody brauchen wir erst gar nichts zu reden. Von Bloody brauchen wir erst gar nichts zu reden. Aber warum kommt Final City überhaupt erst in Frage? Na, wegen Abogoku und hier wegen Rohat und man kennt sich ja schon. Und, weißt du, von den anderen Serverern brauchen wir jetzt gar nichts zu reden. Aber er kennt ja auch einen Skrulls. Skrulls, natürlich ist das ein elendiger Mensch. Natürlich ist das ein abartiger Mensch. Also, ich sage, guck mal, ich habe hier auch Leute, ich weiß jetzt ganz genau, ich habe Leute in meiner Kombination, das ist auch vollkommen in Ordnung, die ihn mögen, die ihn feiern, die sogar befreundet mit ihm sind. Das ist auch vollkommen in Ordnung, gar kein böses Blut. Meine Erfahrung mit ihm, ich kann euch nur meine Erfahrung mit ihm sagen, ist, er ist ein absolut hinterhältiger, dreckiger Mensch. Und er hat, wirklich, sein einziges Glück, was der hat, ist wirklich eine Shuyoka. Also, nur weil Shuyoka da ist, heißt das nicht, dass er unbedingt ein Atomphysiker ist. So schlau ist der nicht. Aber Shuyoka hat es halt, da ist er nochmal dazu gebracht, also die hat nochmal so eine Schippe drauf gesetzt, auf das Thema Blödheit, Dummheit, dass natürlich ein Skrulls, und das hat er mit Kusshand angenommen, schlauer rüberkommt. Deswegen ist es auch okay, das mache ich ihm auch nicht zum Vorwurf. Aber meine Erfahrung ist, der ist hinterhältig und nicht weniger, äh, ja, ich sag mal, er ist, Bro, er ist nicht der Ehrenmann, von dem einige so tun, als wäre er es. Ist der einfach nicht. Ja, der ist es gewohnt, dass er ganz viele Idioten um sich herum hat, ja, ganz, ganz viele blöde Idioten um sich herum hat. Deswegen kommt er sich sehr, sehr schlau vor. Ja, du bist schlauer als die, ja, aber du bist auch nicht wirklich besonderlich viel mehr schlauer. Okay, Digga, also übertreibst halt nicht. Und er dachte auch ab und zu mal, er kann hier bei uns hier im Stream ankommen und denkt, er kann hier treuen. Nein, Digga, also, ja, du kannst dein Glück probieren, aber du musst dir mal vorstellen, wie blöd die Szene ist. Digga, das, guck mal, also, ich kann es ihm auch gar nicht so krass übel nehmen, ne, dass der denkt, er wäre jetzt Atomphysiker. Bro, der ist zu einem Mandela in dem Stream, hat ihn getrollt, seine Zuschauer getrollt und auch seine Kumpels getrollt. Und ein Mandela hat sogar noch ein Video davon gemacht, weil er noch dachte, er kriegt dadurch Reichweite. Der macht ein Video davon, wie Skruss da reingekommen ist, ihn getrollt hat, ihn verarscht hat. Also, so blöd ist die Szene. Deswegen nehme ich ihm das jetzt auch nicht so besonders übel, dass der denkt, er wäre halt so dermaßen schlau. Aber er ist halt nicht so schlau, wie er denkt, zu sein. Das ist er auch nicht, Digga. Und einer hat gerade reingeschrieben, er scheißt 100% auf New Life. Ich denke, er würde auch auf New Life scheißen, ja. Aber ich kann mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen, dass ein Montana Black, der Monte, Digga. Ja, Montana Black 88 auf Twitch, der das, was er schon da alles durch hat, auf einem pädophilen Server spielt. Und die dort auch noch aktiv supportet. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich schätze den Mann nicht so ein, aber ich kann mich da natürlich auch irren. Muss man mal gucken, was dabei rauskommt, Digga. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bis zum nächsten Mal.